G-G-G-G-G-G-G-G Wie? Rein aus Interesse? Kann das Stieblümchen hier mitnehmen? Jo, kann ich. Boah, ich hab mich grad voll erschrocken. Ich bin Hasen hier nicht gewohnt! Paar Rosen... oder Rosenkreuze, wie man das nennt. Wir können uns mal ein paar Körnchen hier mitnehmen, also farmen. Wow, wir haben schon ganze zwei. Merkt euch das, ich bin Pro-Gamer. So. Also meins wird auf jeden Fall das schönste Haus von allen. Nein? Na doch, eigentlich können wir die Schafe auch mitnehmen. Wir gehen uns ja auf Flasch. Habt ihr selber Schuld? Ein paar mehr Blümchen. Wundervoll. So. Dann hier noch ein paar Bäumchen. Keine Blümchen. So. So. Jetzt habe ich auf einmal auch so viele Äpfel. Öpfel. Mit Öl. Öpfel. So. Und so viele Setzlinge. Super. Boi. Für Dings haben wir jetzt eigentlich. Ah gut, ein Stack. Dann... Machen wir zwei. Ich weiß ja nicht, wo es mein Haus wird. Hm. Dann machen wir zwei. Oder hören wir auf. Ja. Ähm. Erstmal wieder nach unten fahren. Stein brauchen wir aber eigentlich auch. Aber ich glaube wir sollten erstmal eine Möhle finden. Mit Eisen. Dass das ein bisschen schneller geht. So. 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 Jetzt. Gut. So. Das ist abgebaut. Da liegen noch drüber Öpfel. Öpfel. Gar mitnehmen. Du. 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 Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich lange jetzt soll. Es geht. Gut. Okay. So. Ich wollte jetzt noch. Ich mach erstmal alle kaputt hier. Dann sammle ich das jetzt rein. So. Hallo. Hallo. Muss ich die eigentlich unten ab? Ne. Gut. Ha. So viele Setzlinge. Das ist ja schrecklich. Wie viel? Ist weg. Und schon wieder Neues. Aber gut. Schweinchen. Ein bisschen Steak. So. Wir müssen mal wieder was essen. Oh. Häschen. Tschüss. Und ich hab einen neuen Skin. Hab ich den eigentlich schon mal gezeigt? Weiß ich gar nicht. So panda Mädchen. So. So. Das ist mir mal von allen Seiten gezeigt. So. Wir suchen jetzt einfach mal eine Höhle. Wissen. Was es denn so klar geht. gut. Gut. Und so. Und so. Da ist noch ein Schaf. mit Hammelfleisch. Mit Hammelfleisch. Für uns. So. Blöbblöbblöbblöbblöbblöbblöb. Das besteht ja eigentlich alles nur aus Bürgenwäldern. Das kommt mir gerade so vor. Hallo. Hallo. Oh gut. Nicht runter. Ich hab's gerade. Letztes Minütchen hier. Sagt man nicht. Mein letztes Stündlein hat geschlagen oder so. Keine Ahnung. Da ist Kohle. Kohle. Jetzt noch zwei Stück. Dann war's das. Aber Kohleadern sind ja eigentlich immer noch recht groß. Wollah ich mal behaupten. Hoff ich zumindest. So. 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 T-T-T-T-T-T Da ist ein Pferd. Muss ich nicht. Noch nicht. Da ist schon wieder ein Ende drconfidence. Da ist ne Kuh. Das noch ne Kuh. Oh der Songlo. Nimm mich mit Oh, noch ne Sonnenblume! Oh, noch ne Sonnenblume! Oh, ne Kuh! Showbidou! Die Reime hier Oh, da ist ne Sonnenblume! Oh, da ist ne Sonnenblume! Okay Ich weiß auch gar nicht, was der bedeuten soll, aber es ist mir auch egal! Oh, ne Kuh! Oh, noch ne Sonnenblume! Geil! Und... Entschuldigung! Was ist denn das? Dorf? Dörfsen? Kann ich mit dem da dealen? Ich deal jetzt einfach mal mit dem! Wir sind so viele Hasen! 36 verhottetes Fleisch? Für eins noch was? Gut, der ist nicht so ne Priorität in mir! Das ist schon so ein Smarovski! Ne, wie heißen nennt man die? Diese Gefängten? Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Na? Aber seid ihr alle so anspruchlos hier? 10 Leder für ein Dingsbumsmarekt! 4 Smarekte für so Dings... Rosen... Und da ist noch ein Pony... Ja, das ist ein Ei! Wahrscheinlich war's schon jemand... Und da ist noch ein Pony! Süß! Hi! Kennen wir's schon? Ja! Tschüss! Hi! Tschüss! So! Wir laufen einfach mal weiter! Ich hab so viele Öpfel jetzt! Öpfel! Öpfel! Oh, da ist ne Kuh! Ach, die Kühe leiden bei mir! Wir laufen jetzt einfach mal die Richtung weiter! In der Hoffnung hier eine Höhle zu finden! Die noch nie jemand gefunden hat! Und dann ein bisschen eisellig auf ihn denn... oder so! In die Richtung! Ungefähr! Huch! Hallo! Ah, hier war noch niemand! Das ging schnell! Hallo! Ladylike! Du... 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 So! So viel... Boah! So viel Eisen! Ich kann dann auch gleich wieder rausgehen! Mehr brauch ich gar nicht! So! Tschüss! Das ist noch mehr Eisen! Ich kann eigentlich gleich dann wieder rausgehen! Ich hab gleich ein Stacks zu sagen! Woah, bestimmt! Traum! Ist echt viel Eisen, muss ich sagen Also echt, echt viel Ich hab schon wieder Lave Fackeln werden gut gewesen Scheiß drauf Fackeln sind für Luschen Und auch nicht Ich bin in Lusche So, hübsch Ach, jetzt der Dynamik-Lights-Mod Ach, Traum So Das ist immer schön, alles abbauen Was auch nicht immer sagt, hast du da kommen? Ach, hast du da Eisen übersehen? Hast du da Kohle übersehen? Bei 3,56 Weiß kalt Ja, natürlich, da geh ich natürlich nochmal zurück Zurück mit die Kohle Ja gut, 56, das Hotel Können wir jetzt mal was essen Um die Ecke lügen Oh gut Den Luf hab ich gerade das Brett gezückt Wow Das hat groß Mensch Das hat sich ja voll gelohnt, ey Wenn der Aufnahme aus der Sonne Wie alles an der Decke ist Guck ich die ganze Zeit nur um Aber ne Doch, hier Yay Und sogar noch mehr als eins Yay Oh, das ist immer lebenswichtig Also nehm ich alles mit Wofür haben wir denn jetzt eigentlich? Ne, das war keins mehr Gut Oh, da ist noch Kohle Ja gut, Kohle kann die schon Ah, die Playlist So Oh ne, da hinten geht's ja noch weiter Und ich hab gar nicht gesagt, nach den vier Stück ist es jetzt verändern oder? Ne Angearscht So Jetzt aber Ist immer noch rein Warte, ich will nur noch dieses eine Level fertig kriegen Welches Spiel ist es denn? Minecraft, doch nur dann Das geht ja schnell Oh, oh, oh Lustig Als wäre es wieder dunkel, war Hopp, 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 hallo Hopp, hopp, tschüss Los geht Ich geh einfach mal jetzt in die Richtung In der Hoffnung, eine größere Höhle zu finden So Ich kenn das Lied nicht mal Das sind alles so Populäre Lieder Aus den Shards Einfach in 8 Bit umgewandelt Find ich eigentlich ganz geil Eigentlich So Hallo Ich nehm die Schweine Nicht die Kohle Kohle ist für Luschen Ey, das Dings Nehm Könnt ich halt ja auch mitnehmen, oder? Das kann ich mir von rausschmeißen 320 Kilo pro Sekunde besser Um die Dürfen zu sein Das 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 Kann dauern Gleichfertigen Wow, hat sich gelohnt. So, hochfüppen. Das sind schon wieder so viele Skelette. Erstmal was fressen. Ne, Kennenchen. Na? Ich bin jetzt auch hier. Das ist ne Hexe. Hexe, Hexe, Hexe. Oh, Ghostbusters. Ghostbusters. Jetzt gleich zwei. Ja, gleich zwei. Wieso nicht? Oh Gott, schreck mich doch nicht so. So, tschüss. Tschüss, hab ich gesagt. Tschüss. Sag mir tschüss. Ey, da sind doch mal Eichen. Natürlich fängt es an zu regnen. Na? Eingreifen und wieder wegrennen. Richtige Luschen-Technik. Stirb, stirb, yay! Wow, ein Stück. Danke. Wenn ich sterbe, lass mich in Ruhe. Tü 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 Lala Hallo? Lala Ist er weg? Ja, ich kann doch von oben hier wieder runter Schneid es echt nur, auf diesen Teil? E stratégisch Echt? Ernsthaft? OH GOTT Verpüss dich Alter, schreck mich doch nicht so. Kurzer Herzinfarkt, check. Gut. Verpisst euch. Schubst mich nicht die Kluppe hier runter, sonst klatscht es, sag ich dir. Gut. Verpisst dich, verpisst dich, piss dich. Ich kann mich jetzt einfach einbauen. Safety first. Gut. So, ein bisschen Kulzechen machen, jetzt sind hier Luxiolz. So, wenn ich schmelze, wenn es jetzt mal das oder Eisen hier ein, wenn es draußen regnet, wir forever alone sind. Äh, falsch. Das ist das. Und 22 Eisen, geht doch. Habe ich kein Stückchen mehr? Aber wir haben noch das, kann ich das halt dafür verwenden. Gut. So, Stöckchen haben wir jetzt auch wieder. Sehr gut. Yay. Was gibt es eigentlich noch für Erfolg? Oh, wir haben schon voll viel Erfolg, oder was? Ich stelle eine bessere Spitzacke her. Geschafft. Übermächtig, stelle einen Notch-Apfel her. Ja. Scharfschützen, äh, töte einen Skelett mit einem Fell aus einer Entfernung von mehr als 50 Metern. Nein. Äh, wenn Schweine fliegen, liege auf einem Schwein, eine Kluftung, da. Nein. Das mach ich später. Fangen an zu ackern. War einer aus Holzbretter. Ja gut. Das kriegen wir hin. Brauchen wir zwar nicht, aber ich will den Erfolg und wir wissen, was danach kommt. Weizenzucker, Milch und Ah ja. Ach schon, ja. Ja gut. Gut, hör ich mir denken. Ähm, heiße Angelegenheit, gestlicher Fisch, Schmiedekunst, okay, jetzt haben wir hier. Bahnfreilige mit einer Lohre mindestens ein, äh gut, war aber ein Diamanten mit Hilfe einer Eisenspitze auch gehabt. Natürlich, mach ich als nächstes. Wir sind noch tiefer mit Diamanten. Cool, gut. Wir stellen uns jetzt erst mal alles aus Eisen her. Kannst ja einmal. Wupp, wupp. 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 Wupp, 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 wupp. 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 Das ist jetzt. Hab ich dann eine Höhle gefunden? Okay, spring ich gleich mal hinterher nachher. So, spring ich gleich mal hinterher. So. 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 Ich weiß gar nicht, was ich aus dem Rest machen soll. Vielleicht behalte ich das. Vielleicht auch nicht. Ich kann ja mal eben Kugeln gehen. Au. Ja gut, hier ist eine Höhle. Tschüss. Ich gehe jetzt wieder nach oben. So gefährlich. Loschen. Warten. 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 Wir warten. Ich gehe jetzt draußen mal noch nach. Juck und ja. Tschüss. Ich freue mich, unser Inventar aus dem Schlimus. Wundervoll. So, Pfeile brauche ich nicht, Federn auch nicht, nicht wirklich, Kartchenholz an sich brauche ich auch nicht, Paradieses Fleisch, Serde, kriege ich eh noch genug. Es gibt noch zwei Eilungen. Fressen. Na? Warten. Warten. Und das nächste. Siehst du? Man kann nie genug Eisen haben. Man kann nie genug Kohle haben. Ich sehe nichts. Gut, halt nicht. Wir braten das Hammelfleisch. Ach, Hammelfleisch. Und scheiß Namen. Kann man das irgendwie beschleunigen? Klar, kann man das. So. Kann man hier, dann hier. Nehmen wir die erstmal. So. Siehste? Jetzt kriegen wir mal die Klappe. Jetzt kriegen wir mal die doppelte Nachricht. Hier war nie was. Ups. Das ist gewittert. Das gewittert auch noch doll. Ist ja klar, ne? Ich hätte ja nichts dagegen, wenn es Wesen hell aussieht. Oder Tag. Also Tag und hell. Ist ja klar. Irgendwie. Logik. Oh. Verbauert. Hier rein. Ich brauche noch einen dritten Ofen. Hopp. Ich muss jetzt geben. 1. 2. Nur zu mekern. So Passt So So Wundervoll Dann haben wir nur noch einmal rohes Hühnchen Was butsche ich denn einfach irgendwann Das nur rein Je nachdem wie das zerstörlich ist Ich glaub ja Die beide gleichzeitig Ja gut das fahren wir vielleicht schon mal ein bisschen eher fertig sein So Weg Warten Weg Weg Abreißen So Also verungern werden wird schon mal nicht Außer ich vergesse zu essen Was das garantierte Fall sein wird Maa Ich bin ja nicht doof Ist doch beschwerend in einem Kampfstern oder so So Und damit würde ich sagen Geht es jetzt so wenigstens Genau Damit würde ich sagen Ist die Folge vorbei Also besser gesagt meine Aufnahmen Und Auf Wiedersehen erstmal Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme Und bis dann Dann Auch Und Wenn Aber Und dra Tag Gut Und Dann Und ли